Oh mein Gott! Yo! Die Gang ist auf dem Fußballplatz. Das Wetter stimmt Leute, passt, was geht ab? Hallo wieder. Oh, wer ist denn da? Oh, Pasi ist wieder da. Oh, Pasi ist wieder da. Oh, Pasi ist wieder da. Oh, das ist Timo Werner. Weil Pasi heute da ist und wir so viele sind, machen wir heute eine neue Torwart-Challenge. Letztes Mal haben wir Manuel Neuer gemacht. Heute gibt es David de Gea. Ja! Viele sagen, er ist momentan der beste Torhüter der Welt. Was meint ihr? Ja, sehe ich nicht so. Ich finde, Pasi ist definitiv noch ein Level höher. Okay. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Neuer, De Gea, vielleicht auch Ter Stegen oder Alt-Pasi. Komm mal wieder ein Video mit Marius. Wir stellen heute zwei Saves von David de Gea nach. Er die meisten hält. Ist auf jeden Fall der Beste hier von uns, ne? Pasi, Druck ist da. Du als einziger Torwart solltest vielleicht den Einweiter am Ball halten. Fangen wir einfach an. Lass gerne schon mal ein Like dafür mehr Torhüter-Challenges. Das machen wir normalerweise ja nicht. Aber wir versuchen es auch gerne im Tor. Also lass dein Like dafür da. Okay. Out! Und let's go! Freunde, wir schauen uns mal den ersten Save von De Gea an. Allerdings ist das Tor, beziehungsweise der Schuss, ja kein Tor, der Schuss ist gespiegelt, Freunde. Ihr seht es jetzt schon andersrum, weil wir ja Rechtsfüße sind. Schieß den Freischuss. Und wir fährt gerade mit dem Langhaus. Wir müssen dann mit der linken Überhand den, äh, aus dem, vom Torwart gesehen, rechten Eck holen laden. Ich glaub jeder kriegt das hin außer der Pass. Ich krieg das niemals hin. Wir haben auch nur drei Versuche, Freunde. Jeder hat drei Versuche im Tor für eine Parade. Lauro muss als erstes. Nee, Tor. Wir müssen jetzt natürlich versuchen den auch wirklich links oben. Aber perfekt reißen. Perfekt, ne? Also rechts unten, ne? Rechts unten, ne? Genau. Theoretisch könnten wir auch einfach rechts unten schießen, aber ist halt dreckig. Lauro de Gea ist jetzt im Tor mit dem Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Wenn alle eure Bälle halten, ihr könnt nicht. Oder ihr schießt einfach jeden drüber. Wenn alle eure Bälle halten. Den ersten hält ihr nicht, der arme Lauro de Gea. Wenn alle eure Bälle halten. Schön mit Aufsetzer. Da kann Lauro nix machen. Dicke. Links vorbei. Lauro 0. Wenn alle eure Bälle halten. Wo schnell geht das hier? Der chipt den einfach mal von 17, 18 Meter. Was war das? Kann man mal machen, Leute. Oh mein Gott. Ich bin als nächstes dran. Mal sehen, ob ich's besser mache. Also der Druck ist jetzt nicht mehr da. Ich kann mich nicht mehr blamieren von der Nacht. Du musst nur einen halten. Man müsste schon hier amtierender chillen. Okay, dann lass bitte den Brach schießen. Aber ich hab den safe. Aber ich hab den safe. der Winkel des Grauens gewesen, Junge. Winkel des Grauens. Wie an Lucky. Aber hat der Lukas nicht verdient? Ja. 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 Okay, da hab ich mal eben den umgekehrten Lauro gemacht. Drei von dreien, Freunde. Bisschen unorthodox. Ich mach einfach immer diese Karate-Fußabwehr. Bam! Ach ja, du kannst noch was lernen von mir. Wer ist das Nächstes? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist das Glück des Passis. Er kassiert dreck den Größen. Der hast du direkt Ehre genommen, Alter. Ehre doppelt genommen, Alter. So dreckig, aber. Pfosten genommen. Eli und dieser Pfosten. Der Pfosten hat mein Leben mal genommen. Oh mein Gott. 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 Hey Pasi. Hey, das tut mir schon wieder so leid für Pasi, ne? Hört das jetzt der Lauro-Durchgang. 0 von 3. Ich hab's auf dem Fuß, Freunde. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Schönes Ding, Pasi. Der war so krank gehalten, da kommt's von der Krankenwagen. Da wollte ich auf Ehre spielen, aber den hat der Pasi. Also einfach zu groß. Sonst würde er wieder drei Monate nicht kommen, ich sag's euch. Ja. Ich hoffe, die ersten beiden werden rausgeschnitten. Definitiv. Definitiv. Nein. Unser YouTube-Zorrat. Der ist nur ein Held, Alter. Da hab ich echt keinen Druck, Alter. Alter Verwalter, ich werd jetzt alle verwalten, oder? Bruder, Vorsicht mit deinem Bein da. Komm, Timo. Schön. Ja, schön. Ja. Fußball. Ja, genau. Super. Klasse. Was ist das denn? Wie geil. Starke Parade. Ja. Boah, das war ja. Juan Loco. Und so hat der Bra nur zwei von drei sehr gut. Du hast mir auch die Führung noch gesichert. Ehren. Bra ist einfach besser als Pasti, da hab ich mir schon gedacht. Da würde ich mal ganz schnell mit YouTube aufhören, Pasti. So Freunde, der Lukas hat's mir auf jeden Fall heute hier jetzt schon schwer gemacht. Drei Dinger muss ich halten, um erstmal mit dem Sieger hier gleich zu ziehen. Aber ich muss nur einen halten, da bin ich schon besser als der Schlechteste. Das sollte machbar sein, oder? Bist so schlecht wie ein schlechter Lauro. Der ist der Erste, der diesen dreckigen Ball links unten hält. Dafür halte ich schon verdient besser als Lauro zu sein. Leben zerstört, Ehre genommen. Ehre genommen! Also bist du doch bereit, ich verspannen. Nicht immer. Oh mein Gott! Ich darf nicht überhaupt bereit sein. Nein, er war nicht bereit. Leben genommen! Richtiger Centra-Bullock-Schuss, Alter. Der Pasti hat eine Umschulung zum Stürmer gemacht. Eigentlich dachte ich mir gerade, es wird relativ riesig, die 1,2 halten. Aber nach dem Spiel habe ich ein bisschen langs. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht, Alter. Schönes Ding! Kompliment, Kollege! Aber wir haben ja noch einen Durchgang, da kann ich noch gut gemacht. Ja, dafür musst du ja auch einen halten. Ich werde alle halten! Alle! Ich werde alle eure Bälle halten! Ehre genommen! Unterkante rein! Die Schüsse sind heute gut und das wäre eine Torwart-Challenge. Wenn wir uns auf Torwart konzentrieren, dann können wir auf einmal schießen. Kommen wir zur zweiten Parade von David. Diesmal geht es aber nicht um den Freischuss an sich. Denn ihr seht, der führt zu nichts. Der Ball kommt nach hinten an sich. Diesmal nicht gespiegelt, er fischt ihn aus dem rechten Eck heraus. Mach noch mal! Mach noch mal! Okay! Schauen wir dem Eli mal schön drei Volleys rein, Freunde! Let's go! Alles klar! Den kann man nicht halten! Sorry Eli! Wer war's, Alter? Lass da Passi schießen, dann halt dich auch rein! Ja komm, lass den Passi schießen! Okay! Versuch erst mal den Ball zu treffen! Ich weiß nicht, wie das geht! Bye! Have a great time! Der ist tatsächlich nicht drüber! Lass du das! Cut! Nein! Das tut für Eli, oder? Jetzt kann der Junge direkt keine Ansage machen! Der sollte gar nichts mehr sagen! Wenn Passi mal Wolle König wird, nehme ich mir das Leben! Das war's wirklich komplett! Da kann man sich nicht gucken! Bad Box! Ich dachte, ey komm, ich hab den Schuss so verkackt! Aber bei Passi, der ist halt trotzdem im Tor! Oh mein Gott, ich mach meinen nächsten Schuss so, Freunde! Was sonst einfach so ein Film mit Passi im Tor! Da ist die Streckung da, Freunde! Was passiert hier? Was sind das für Schüsse? Der Brat hatte seinem Leben noch nie so geschossen! Ich hab den irgendwie nur so getroffen, als er noch mal gesehen hat. Die beiden Torhüter, die beiden Degeas haben vorgelegt mit einer Parade von drei möglichen. Ich hab jetzt schon mehr verraten als Passi! Junge, Alter! Das war's! Rechts unten! Grüße gehen raus! Danke für die Vorlage! Alles Zufall, aber egal! Ja, klar! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das denn? Der Tag ist schon zu weit geworfen, oder? Was ist heute hier los? Die Tore sind am Ballen! Das war ein Recker! Dafür erstmal ein Like da lassen! Der weiß genau, wie der den hat! Komm! Jungs! Einfach nur aufs Tor brechen! Another one! Göt! Göt! Hektik! Got'i! Ja! Boah, da hatte ich schon kurz Angst, dass ich auch mit 0 zu 3 rausgehe! Aber ich hab einen! Ich hab auch einen und der hat keinen! Läuft! Der sagt, er von uns muss drei halten, um gleichzuziehen! Oh! Oh! Lass frei mit die Hektikste! Wer ist der Einzige, der noch gleichziehen kann? Oh mein Gott! Kippur! Ein weiterer Save! Jetzt zieht er mit Pasi gleich! Das ist auch schon gut zu wissen! Ey, der Eli, Alter! Another one! Leute, ihr braucht nicht in die Kommentare schreiben! Ja, wir wissen, wir sind alle schlecht im Tor! Auch ich! Wir können alle nichts, aber wir machen es jetzt zum Spaß, Freunde! Der Eli ist jetzt auf Platz 2 momentan immer noch! Von drei gehaltenen Wellen, halt! Du bist wirklich so gut wie Pasi! Du bist so gut! Du bist so gut! Du bist so gut! Du bist so gut! Aber Loco hat jetzt die Chance! Ne 3 von 3 macht, zieht er mit mir gleich! Und falls das passiert? Das passiert nicht! Ja, ja! 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 Du bist so gut! Ja! Du bist so gut! Du bist so gut! Du bist so gut! Den Loco-Schuss! Das ist so dreckig! Oh! Der war schon gleich war! Der war schon gleich war! Ja da! Freunde, wenn die nicht links unten reingehen, dann hat er die! Dreckig! Ja! Dreckig! Ja! Dreckig! Ja! Dreckig! Der hat eigentlich gewonnen! Ja! Das war's mit der Defea Challenge, Freunde! Ziemlich anstrengende Challenge! Ja man, ich hab zum Glück gewonnen! Aber lasst trotzdem ein Like da für mehr Fußhauen! Vielleicht haben wir Torwart-Challenges! Sie ist vielleicht Testegen oder so oder Oliver Kahn! Schreibt doch mal einen Kommentar, welchen Torwart wir als nächstes in der Challenge nachstellen sollen! Kommt bei den Jungs vorbei für ihren Einsatz hier heute! Kommt zu mir nach Hause! Kommt vorbei! Wenn ihr gute Torwart-Videos sehen wollt, dann kommt auf Strikers vorbei, Freunde! Lasst ein Abo da, Leute! Danke für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Video! Tschüss! Wuhuuu! Komm Edi, mach nur eine Latte! Latte! Könnt ihr das auch? Machen wir einfach so einen Soundtrack rein! Bam!